Herzlich Willkommen hier zurück beim Drug Dealer Simulator. Ich hätte es beinahe schon wieder vergessen. Ja, wir sind hier auf dem Sprung, glaube ich. Wir gucken gerade noch mal schnell den Rechner. Ich kann es mir schon wieder nicht mehr behalten, was wir gerade machen wollten. Wir haben hier Kundschaft. Wir haben Kundschaft. 2 Gramm Amphetamin will der und die will 4 Gramm Bambinos. Okay, wir gucken, ob wir das noch haben. Aber sollten wir ja eigentlich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, Schluss. Aufheben. Aufheben. Und die nehmen wir mal mit zum Neu Anwerben, würde ich sagen. Gut. Spiel speichern brauchen wir jetzt nicht. Ich bin mal ... Holt Ruck jetzt nicht so. Okay. So. Wir haben ja eigentlich noch helllichten Tag, oder? Ja. Achso, ich habe die. Ich bin so ein Depp. Ich muss die doch bestätigen. Herrgott im Himmel, ich habe die nicht bestätigt. Sollten wir vielleicht, wieso? Jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Alter. Dieses Spiel, ey. So. Äh, als gelesen markieren. Ja, bringe ich mit. Und, äh, 4 Gramm habe ich. Ja, 4 Gramm habe ich noch. Okay, habe ich. Und dann können wir gleich einen Eddy anschreiben, dass ich gern wieder was hätte. Bitte. Zack. 160 Limit. Oh, wird schon mehr. Aber trotzdem. Achso, ich muss das erst mal hinzufügen. Ja, komm. Bestellen die normale Menge. Langt. Gut. So. Wo sich das dann befindet, ähm, sollte auch F drücken. Werde ich dann schon mitkriegen. Wieso? Also noch mehr Bestellungen im Moment können wir nicht annehmen, weil, äh, ach, wie süß. Stehen beide hier im Hinterhof. Perfekt. Dann geht es ja ratzfatz. Tag. So, was, äh, was du wolle. 4 Gramm. Okay. Achso, Scheiße. Okay, dann war es das wohl mit, äh, naja, gut, okay. Alles klar. Der steht wieder mitten an der Straße. Ja, Spaß. Was Falsches? Ach, der will Amphetamin. Ja, sorry. Dann, äh. Da sind grad die Bullen vorbeigelatscht. Äh, nö. Ähm, nö, dann nicht. Der wollte, ich hab gedacht, der will auch, äh, der will Gras. Spacko. Scheiße. Dann hab ich natürlich jetzt ein Problem. Geh mal ganz kurz hier weg. Dummdi-dum. Amphetamin hab ich aber auch nicht mehr. Ist doch Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Was haben wir noch für Tasks? Marktplatz und Dings. Ja, gut. Ähm. Ich muss jetzt auf die E-Mail warten von dem anderen Hiopi. Ich weiß, wo es ungefähr liegen könnte. Dann könnte ich schon mal in die Richtung gehen. Aber so ist das so ziemlich witzlos. Hier ist voll die Party in dem Haus. Oh, da kommen wieder die Bullen. Gehen wir doch mal weg. Welches Be-Event? Alter, nee, oder? Okay, das war krass. Ich stand genau am richtigen... Am richtigen, äh, Dings. Äh, dann gehen wir mal schnell nach Hause und packen das um. Äh, ja. Dann packen wir das mal schnell um, dass der sein, äh, Amphetamin bekommt. Sollte ja noch möglich sein. So, öffnen. Schnell an die Station hier. Äh, Drogenmodus. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das hier und das hier. Und dann gehen wir in den Labor-Modus und nehmen das hier und packen es da rein. Genau. Und nehmen das hier und packen es da rein. So. Und dann müssen wir das aufteilen. Äh, halt. Das machen wir wieder in, äh, 2-Gramm-Paketen. Stück. Und dann gehen wir in das Inventar. Das ist ja, ich spiele mal hier. Äh, äh. Zack. So, jetzt ist er noch da. Ja, er steht noch. Gut. Dann. Also, das war jetzt klasse mit der Biene. So, genau da, gerade standen, wo das Paket ankam. So, Freund. Tut mir leid, hat einen Moment länger gedauert. Der will 2-Gramm-Amphetamin. Und wir sind Level 4. Yay. Mein Hund liegt jetzt in der offenen Tür. Ich kann sie nicht zumachen. Ich hoffe nicht, dass, äh, ich hoffe, dass meine Frau weiter schlafen kann. Äh, so. Das ist doch, äh, das ist doch mal hervorragend. So. Mal gucken. Haben wir noch Spraydosen eigentlich? Dann, ich glaube, wir müssen noch ein paar Symbole malen. Spraydosen. Äh, erstmal gucken wir hier rein. So, der Bartek hätte gern... Ja. Kannste haben. Kriegste. Gut. Und der Eddy. Okay. Können wir dem jetzt auch wieder Geld geben? Ja. Sehr schön. Dann bringen wir dem auch gerade das Geld vorbei. Und, äh, eigentlich könnten wir auch direkt nochmal bestellen, oder? Äh, Limit 100. Okay, das wird... Dann bestellen wir das hier. Mal Kass haben wir ja jetzt noch genug. Gut. So, schnell speichern. Das hat ja wunderbar geklappt. Zack. Und dann machen wir uns auf die Socken. Wir freuen uns noch ein paar Dopeys. Oh, super. Die sind beide da drüben. Rechts raus. Und einmal Vollgas. Hört der hier so kack Mucke? Äh, eine steht hier. Da. Moin. Äh, du willst 2 Gramm Marihuna? Zack. Und, äh, der andere stand da oben. Warte mal, dann können wir erst zum Eddy. Steht nämlich hier vom Terschen. Sehr schön. Zack. Und wo steht der? Äh, ich geh mal. Ich schlender hier mal so über den Platz. So. Ist eigentlich gar nichts passiert. Ich schlender nur. Zack. Wo sind die Cops? So, und der will 2 Gramm Amphetamin. Zack. Sehr schön. Und hier noch, äh, ja. Spannende Musik okay hier haben wir jetzt den max respekt tote briefkasten okay perfekt das klappt ja heute wieder wie am schnürchen basketballplatz da Da. Dum-di-dum-di-dum. Hä? Hä? Hört nicht. Da. Das ist ein AeroPay. Ey, wolle was? Ey, du. Nichts drogen. Gut, dann machen wir mal klein Holz aus dem großen Päckchen. Und gucken mal, was wir mit den Skill-Punkten anfangen. Wir haben ja wieder Skill-Punkte bekommen. So, warte ganz kurz. F. Äh. 2 Gramm Marihuna. Ne. Das wollen wir. Genau. Und dann gehen wir zurück in den Labormodus. Das kommt hier in das Glas. Zack. Zack. 2 Gramm. Und 5 Pakete. Zack. So. Äh. Laptop. Ja. Laptop. Oh, wir können was freischalten. Zack. Alter Marktplatz. Sehr schön. Na, da haben wir es doch gerissen jetzt, oder? Sehr, sehr cool. So. Äh. Madeleine Kenyatta. Braucht auch wieder... Okay. 3 Gramm. Äh. Musst die Päckchen wieder umpacken, du Ayakob. Ja. Ja. Kriegst du. Äh. Pakete, Prüfkasten, bla bla. Kann ich wieder Geld abliefern? Okay. Also. Erstmal Päckchen umpacken für die Olle. Ähm. So. Äh. Zack. Und. Zack. Und dann nehmen wir das hier rein. Zack. Zack. Das hier. Das hier. Da rein. Zack. So. Und dann machen wir ein 3er Paket. Und ein 1er Paket. Dann haben wir vielleicht wieder einen anwerben mit. So. Dann gehen wir mal die Olle beglücken. Oh. Die mit ihrem Arbeitsplatz. Das ist ganz kack. So. Zack. Raus hier. Der Muffe Bude. Äh. Wo ist die Olle? Das ist ja hier. Das ist ja. Ein Traum ist das. Hier alle um die Ecke stehen. Äh. Ne. Andere Richtung, oder? Oder mal. Hä? Ja. Zack. Ja. Wo ist sie denn? Ich bin jetzt doof. Die steht hier. Ja. Super. So. 3 Gramm Päckchen. Und so geht's. So. Alter Marktplatz. Da können wir mal gucken, ob wir da jetzt ein paar Leute anwerben können. Hier der komische Techno Onkel. Wohl eher nicht. Kann ich hier schon malen? Ne. Was ist mit dir? Du siehst aus, als ob du was gebrauchen... Ne. Hallen hab ich hin. Ich hab keine Spraydosen mehr, glaub ich. Warte mal. Hier war auch irgendwo ein Verkaufsding da oben. Also in meinem Rücken. Hier. Krieg ich hier auch Spraydosen? Ähm. Hallo? Ihr lasst wohl auch nicht jeden rein hier, oder? Penner? Später wieder. Na gut. Also malen kann ich wohl auch im Moment nicht. Ich hab keine Spraydosen. Nö. Warte mal. Warte mal, wenn wir hier schon stehen. Äh. Können wir hier mal ein paar Punkte auf Verkäufer drauf machen. Was haben wir denn? Äh. Neues... Stink und Kennel. Okay. Gewinne deinen ersten Dealer in Person des ersten zufriedenen Stammkundens. Was? Was? Gewinne deinen ersten Dealer in Person des ersten zufriedenen Stammkundens. Ich soll jetzt einen Dealer anwer... Hä? Okay. Wir wünschen euch den Dealer, den wir den Interffen. Wir wünschen euch noch einen deiner,ий-Jen. Wir wünschen euch den Möbel. Oder? 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 Oder?